Mein Abschlussfilm «Soweit, so gut» ist eine Alltagsbeobachtung von verschiedenen Gruppen an einem heissen Sommertag. Ich habe versucht, das Gefühl zu visualisieren, wie wir Menschen im Umgang mit dem Klimawandel haben. Bei den Dreharbeiten haben wir uns nach Green-Filming-Mannstäben orientiert und haben mit Lasten-Velos und Spiegel gearbeitet. Dieser Film und alle anderen Filme laufen am Diplom-Film-Screening im Kino-Toli. Untertitelung des ZDF für funk, 2017